Ich habe da letztens etwas gesehen, fand ihr eine super Sache, und zwar den Hund führen mit dem Bindfaden. Wie leinenführig ist mein Hund wirklich? Das möchte ich jetzt mit dem Bruce abprobieren. Zwar haben wir da einen 2 mm starken Kunststofffaden aus dem Bastelladen. Jetzt machen wir mal unsere Runde heute mit dem. Soll unsere Leine sein für heute. Ich hoffe, es wird lustig. Habt Spaß. Dann sind wir unterwegs mit dem Bastelfaden durchs Dorf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.